Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Infovideo. Millionen von Angriffe durch technischen Telefonbetrug in Deutschland. Die Firma Avast blockierte in einem Jahr allein 2,2 Millionen Angriffversuche und warnt vor den Gefahren. Der Virenschutzhersteller warnt vor einer anhaltenden Welle des technischen Telefonbetrugs. Die Cyber-Sicherheitsexperten haben in den vergangenen zwölf Monaten in Deutschland über 2,2 Millionen Versuche der Betrugsmasche erkannt und auch blockiert. Es gibt zwei verschiedene Arten des technischen Telefonbetrugs. Zum einen, indem Betrüger die Verbraucher direkt anrufen und zum anderen, indem Verbraucher beim Surfen im Internet plötzlich ein Fenster mit einer Nachricht angezeigt bekommen. Euer Computer sei mit Viren oder einer Spionagesoftware infiziert und ihr sollt dringend die Support-Hotline anrufen, die euch hier angezeigt wird. In beiden Fällen zielt der Betrug darauf ab, dass Verbraucher den vermeintlichen Support-Mitarbeiter Fernzugriff auf den Rechner geben und somit eben die Gegenseite auf den Computer gelangen kann. Häufig geben sich die Kriminellen dabei als Mitarbeiter einer bekannten Softwarefirma aus, wie zum Beispiel Microsoft. In den nächsten Schritten bekommt dann der Mitarbeiter von angeblich der Firma Microsoft Zugriff auf den Rechner. Tja, und dann beginnt der Datenklau und bis hin zum finanziellen Betrug geht es dann so richtig erst los. Technischer Telefonbetrug, der im Internet anfängt, ist besonders perfide. Denn dabei wird Verbrauchern ein Problem mit dem Internetbrowser oder mit dem Computer vorgegaukelt. Tja, das es eigentlich gar nicht gibt. Also das heißt, man blockiert euer Internetfenster, sodass ihr nichts mehr anklicken könnt. Der Computer scheint eingefroren. Die Tastatur geht komischerweise aber noch. Das Ganze kann man sogar feststellen, indem man die NUM-Taste drückt oder die Pausentaste. Bei dem einen oder anderen heißt sie Pause-Unterbrechen-Taste. Wenn das kleine LED-Licht auf der Tastatur nicht reagiert, erst dann ist der Rechner wirklich eingefroren. Kann man die LED allerdings noch bedienen und sie geht an und aus, dann ist der Rechner auch noch nicht eingefroren und kann weiter bedient werden. Die Kriminellen nutzen dabei hier einfach die Angst der Opfer vor Viren, vor Spionagesoftware und animieren damit den Nutzer zum Handeln, erklärte hier auch Oliver Kunzmann, ein Cyber-Experte von Avast, also dem Virenschutzhersteller. Gewähren Verbraucher den Betrügern also Fernzugriff auf den Rechner, installieren die Betrüger oft eine zweite Remote-Software im Hintergrund, um auch noch nach dem Telefonat eine Verbindung zum Rechner herstellen zu können. Das bedeutet, man bietet euch zuerst an, AnyDesk oder TeamView oder VNC zu installieren. Ja, und dann ist vielleicht der Bildschirm kurz schwarz und in der Zeit installiert der Betrüger einfach eine versteckte Spionagesoftware. Es gibt nicht nur Fernwartungssoftware, die man auf dem Rechner sieht. Es gibt auch versteckte Software, die den Rechner abhören kann. Und diese versteckte Software wird dabei eigentlich installiert. Das heißt, der Zugriff über AnyDesk oder TeamViewer oder VNC ist dabei eben nur der erste Punkt, um euren Rechner eben zu berühren. Dann erklärt man euch, wieso man kurz den Bildschirm abschalten muss mit irgendwelchen fadenscheinigen Erklärungen. Und dann wird währenddessen der Bildschirm schwarz ist, erst richtig das Zeug installiert, womit ihr abgehorcht werdet. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, jeden Tastendruck von euch eben zu übermitteln. Wenn man das denn möchte. Und dafür macht man meistens den Bildschirm aus und installiert euch dann noch diesen Krempel. Die Anrufer bekommen den Eindruck, dass ein technisches Problem gelöst wird. In Wirklichkeit wollen die Betrüger Daten stehlen und sicher Geld vom Anrufer irgendwie ergaunern. Dazu versuchen die Kriminellen beispielsweise, sich geschickt Zugriff auf das Online-Banking der Bitcoin-Konten oder vielleicht auch auf euer Kryptowallet zu erschleichen, indem man euch irgendeinen Quatsch erzählt. Tja, und manchmal hat man dann auch irgendwelche Support-Kosten, die ihr noch bezahlen und begleichen müsst, da man euch ja hier angeblich helfen möchte. Was ja nicht der Fall ist. Allerdings habt ihr in der Regel diese Betrüger angerufen und, naja, ihr wolltet auch eine Leistung haben. Und dann sitzt das Geld natürlich schon schneller locker, wenn man keine Ahnung vom Computer hat und nicht weiß, wie man sich hier helfen soll. Aber dazu kommen wir gleich. Die Fallzahlen sind enorm. Die Ausmaße des Betrugs spiegeln sich auch in der Statistik des Landeskriminalamts Niedersachsen wieder. So wurden 2020 allein in Niedersachsen über 1300 Fälle technischer Telefonbetrugdaten erfasst. Im laufenden Jahr, also 2021, sind es bereits Fälle im mittleren dreistelligen Bereich. Und das, obwohl YouTube und viele andere meiner Kollegen ja über solche Betrugsmaschen aufklären. Das heißt, die Informationen zu den Menschen, die dringen noch nicht schnell genug durch. Kommen wir aber zu dem Punkt, wie sich Verbraucher schützen können, also ihr. Zunächst einmal sollten sich Nutzer bewusst sein, dass diese Art von Betrug eben existiert. Denn dadurch lässt sich dieser meist einfach erkennen und mit folgenden Schritten auch vermeiden. Zum Beispiel keine Support-Telefonnummern anrufen, die plötzlich auf dem Computer erscheinen. Führende Softwareunternehmen würden Nutzer nicht unter Druck setzen und euch dazu verleiten, die Support-Hotline anzurufen. Denn das kostet ja letztendlich der Firma Geld. Eine Support-Hotline sollte Verbraucher nur dann anrufen, oder ihr solltet diese Hotline nur dann anrufen, wenn ihr selbst danach sucht und nicht, wenn euch irgendjemand dazu drängen möchte, diese Nummer anzurufen. Sei es ein gesperrter Computer oder dergleichen. Ihr müsst selbst den Wunsch haben, dort anzurufen. Und ihr müsst auch selbst danach suchen. Normalerweise ist das ja immer so, dass Support-Rufnummern nicht unbedingt auf der ersten Seite stehen, weil eben Kosten für den Hersteller dieser Software dadurch eben entstehen, wenn ihr da einfach anruft. Das ist ganz klar. Mitarbeiter wollen bezahlt werden. Von daher, das ist schon verdächtiges Verhalten, wenn euer Browser euch auf einmal eine Telefonnummer anzeigt und ihr euch dazu eben drängen möchte, eine Rufnummer anzurufen. Vor allem dazu empfiehlt sich es auch vorab, wenn man auf einer Webseite ist, oben den Link zu prüfen, auf welcher Seite man sich eigentlich überhaupt befindet. Die Browser werden immer moderner und zeigen mittlerweile auch die Domain ziemlich klar an, indem sie zum Beispiel farbig hervorgerufen wird und man eben so erkennen kann, ob das .de wirklich das abschließende Ende ist. Denn eine Domain, also www.testname.de, Schrägstrich, dann kann es ja noch weitergehen und irgendwann ganz am Ende könnte nochmal ein .de oder .com oder .irgendwas stehen. Das heißt, da endet die Domain eigentlich erst wirklich und alles andere, was davor kommt, das ist nur Augenwäscherei und soll dazu dienen, dass ihr euch sicher fühlt. Also prüft immer den Adresskopf in eurem Browser. Solltet ihr so ein Fenster haben, das sich nicht mehr schließen lässt und ihr befindet euch eigentlich nur im Internet, das heißt bei Safari oder bei Google Chrome, bei Firefox und was es da noch so alles gibt. Nutzer sollten stutzig werden, wenn ihr Browser gerade dann einfriert und nicht mehr reagiert, wenn man sich auf so einer komischen Supportseite befindet. Wenn dies der Fall ist, lässt sich der Browser mit den üblen Tricks so einstellen, dass ihr den nicht mehr bedienen könnt und ihr kommt dann nicht mehr weiter. Das Fenster lässt sich einfach nicht schließen, ist vielleicht sogar im Vollbildmodus und ihr könnt da gar nichts mehr dran tun. Das Erste, was ihr versuchen solltet, drückt erstmal die F11-Taste. Denn die F11-Taste dient dazu, um ein Fenster zu maximieren, also auf volle Größe zu öffnen und genauso auch wieder die volle Größe zu schließen, also wieder normal Bildschirm herzustellen, dass man das Fenster auch als solches sieht und eben die Navigationsfelder auch wieder von seinem Browser hat. Funktioniert das nicht, kann man den Taskmanager von Microsoft zum Beispiel ganz einfach mit STRG, ALT und ENTERNEN, also STRG plus ALT plus NTF, also ENTERNEN, die drei Tasten gleichzeitig drücken. Dann öffnet sich in der Regel der Taskmanager. Und dann habt ihr ein neues Fenster über eurem Browser. Der Taskmanager öffnet sich immer ganz vorne. Und dann besteht die Möglichkeit, den Browser unter den Aktivitäten zu suchen. Das heißt, unter den geöffneten Prozessen. Den löscht ihr einfach und der Browser ist zu und ihr könnt euren Computer wieder bedienen. Im Zweifel startet einfach den Computer neu und schaut, was dann passiert. Fährt er ganz normal hoch, ist alles in Ordnung. Fährt er nicht hoch, könnt ihr immer noch zu eurer Computerwerkstatt des Vertrauens fahren. Außerdem solltet ihr bei verdächtigen Anrufen einfach auflegen. Führende Softwareunternehmen würden Anwender nicht anrufen, um ihnen ohne konkreten Anlass technische Hilfe irgendwie anzubieten. Nutzer sollten sich durch etwaige Argumente, dass der Computer mit Viren infiziert ist oder gar mit irgendwelchen kriminellen Handlungen verstrickt sei, nicht in die Irre führen lassen und stattdessen einfach lieber auflegen. Natürlich habt ihr dann auch die Möglichkeit, wenn euch ein führendes Softwareunternehmen angezeigt wurde, das Unternehmen einfach danach selbst zu googeln und dort selbst mal anzurufen oder eine E-Mail an die Leute zu schreiben, um die es ja angeblich gehen soll. Also beispielsweise Microsoft oder Avast oder was es eben dann auch so alles gibt. Was jedem bewusst sein sollte, aber leider noch nicht so ganz klappt. Installation einer Virenschutzsoftware. Antivirensoftware wie Avast Free, Antivirus-blockiert betrügerische Pop-up-Nachrichten im Internet, sodass sie für den Verbraucher erst gar nicht erscheinen. Es gibt natürlich auch andere Hersteller einer Virenschutzsoftware, wie zum Beispiel Norton Internet Security oder Kaspersky, Avira und so weiter. Wichtig ist, dass man eine Antivirenschutzsoftware auf seinem Rechner überhaupt besitzt. Man glaubt es kaum, aber es gibt tatsächlich sehr, sehr hohe Statistiken darüber, dass es viel zu viele Menschen gibt, die tatsächlich keine Antivirenschutzsoftware auf ihrem Computer benutzen. Und der letzte, wohl wichtigste Punkt, aufklärende Gespräche führen. Ich sage es euch immer wieder. Unter Freunden und in der Familie sollten aufklärende Gespräche über alle Generationen hinweg stattfinden. Verbraucher, die den Verdacht haben, dass sie sich in einer Konversation mit Betrügern befinden, sollten dies ihren Angehörigen und Freunden sofort mitteilen. Eine externe Person kann mit kühlem Kopf an die Sache herangehen und dadurch häufig einen Betrugsversuch besser erkennen als die betroffene Person selbst. Je mehr Leute das Bewusstsein dafür entwickeln, was es für Betrugsmaschen gibt, desto weniger erfolgreich können eben diese Betrugs-Callcenter und Betrugsmaschen auch funktionieren. Wichtig ist, informiert alle Menschen, die ihr kennt, über die verschiedenen Maschen, die es gibt und unterrichtet einfach alle davon, was man dagegen tun kann. Im besten Fall halt eben einfach auflegen oder sich eben auch erst gar nicht auf solchen Gewinnspielseiten registrieren, damit sowas weniger passiert. Gegen so Fenster, wie ich es hier im Video erklärt habe, kann man sich schlecht wehren. Da reicht ein falscher Klick auf irgendeinen falschen Link und man kriegt das Fenster nicht mehr zu. Aber in dem Fall einfach den Computer ausmachen, wenn man keine Ahnung hat, neu starten und dann läuft die Kiste wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt gerne einen Daumen nach oben, abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet. Und jetzt seht ihr noch die Playlist zu den Abzockervideos, die ich gemacht habe. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao!